...Football La Couture, schöne, wunderschöne Dirndl in Borsum. Die Idee stammte von Marie Amier und wir haben sie mehr oder weniger umgesetzt. Es war ein wunderschönes Beieinander, ein wunderschönes Zusammenarbeiten. Und diese Dirndl sind mehr trikotmäßig im Meter, die sind mehr feminin, mehr glamourös. Das ist so eine Kombination, Sport, Tradition, Tracht und Couture. Ich bin weg. Guten Tag, die Herrschaften. Hallo. Hallo. Und jetzt stehen da. So ist es. Und stehen bleiben. Stehen bleiben. Das ist verdeckt. Danke. So, ja, genau. Und so richtig schön. Die Schürze so? Ja, genau. So ist schön. Wunderbar. Und dann haben wir das schöne Lach vorhin ganz anders gestanden. So, ein bisschen warm ist es heute, ne? Ein so langer. Leichte Pause, ja, nicht? Gut. Hallo. Grüß dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020